Herr Koffe Koffte erst aber uns was immer schon wieder totes Jahr wunderbar Dukmo verfällt in ein Blutrausch und ich bin nicht ganz unbeteiligt daran Jaja der Ehe Garen muss ich sagen gefällt mir besser war ein bisschen mehr bewirken kann muss ich mal ganz ehrlich hier so sagen ich finde es richtig gut mit der Kulisse im Hintergrund dass sich alles bewegt und so ich glaube der Dieter lebt uns wer liebt uns Abba 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 hier haben wir da sind mal gleich tot Rallala Rallala und ich bin natürlich habe ich natürlich wieder das niedrigste Level von allen jawohl Boah aber auf Dauer ist es so anfangs so fand ich richtig gut aber auf Dauer wird etwas langsam dadurch dass es einfach eine One Lane ist und nichts und nichts passiert außerhalb aber gegenseitig abschnitzen Geschnitzel Prozent Dauer natürlich gleich erst mal wieder ein Schalz die Schalz und die mit Bitteschön Orten kann ich doch auch mal ich meine die abklingen Zeiten sind ja eigentlich echt lächerlich 60 Sekunden 10 Sekunden muss man schon sagen also das bestellt kann sein dass es ist erste glaube ich noch mit wo er gespielt hat und noch ein Leben ich halte das knappe ach so war eine Verwürze Jonathan ein auch schon bemerkt mehr habe ich leider gar nicht niemand sitzt die an natürlich bis jetzt ist kein das war lange mein top mein Hauptschirm meinten Kürtel Alter der Gier ist zu hart ehrlich ach da habe ich will die noch nicht mehr ach das kann aber wieder eine Runde sein die man verliert wenn ich mir das so anschaut ganz ehrlich mal jetzt so doch so was war obwohl die Kills sahen ja auch nicht anders aus aber die haben jetzt schon Turm von uns ich frage mich wieso ich immer Urgott bekommen ich frage mich warum überhaupt was bezogen für cool das Geräusch ist voll cool was ich mach wenn ich mich ein bisschen das Mikro ein bisschen schütteln ein verbündeter wurde getötet geknarchische Doppeltötung hey die haben Darius egal doch Darius das war das auch der Kälte auch Darius 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 Komisch Verbündete Verbindete Frau verlangt langsam lol lol die Pfade geht ab und ich sag oh das wollte ich nicht ihr wollt's auf mich setzen es sei nicht bei der Welt sie verklebt es gibt es auch gar nicht da habe ich mich bei der Welt sie verklebt wo es sei eigentlich noch da das was wollen dreifach Tötung holen zwei Tage höre ich natürlich gleich hier auf und wie noch hier ist immer das hier ich nein nicht du ach so egal wer hat Corby dem kann ich ja auch hier geben ich bin doch schon tot äh du mein ich mhm ja ja ach so scheiße oh der erste Jump mit dem ich mir freiwillig Trinity hole haha brauchst du echt nur wenigen man verkauft doch deinen scheiß äh umarmende Seraten da habe ich aber knapp überlebt da habe ich aber knapp überlebt und dann kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir Prozent Bauer hat er wie möglich da bin ich ruhig eine Runde Heilung das Scheiße was habe ich nur habe ich nur ich ich hasse abgebild Auge um Auge ach ja Dugmo hüpft vom Fass davon Null ja Jan wohl jawohl jawohl boah das war ja wieder so typisch ey na da gehe ich kurz mal aus dem Spiel und schließe hier mal ein paar Fenster die hier so aufgegangen sind sag sag äh dem dass ich die gelesen habe von der Süddeutschen und da bin ich wieder aha 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 ja 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 aha aha die wollen unseren Turm zerstören sagst du das finde ich nicht so nett und da ist er tot das hier so was was muss nach vorn schwingen was muss nach vorn schwingen als Prozent Darius gespielt muss ich sagen er hat sich irgendwie eingespielt mit der Zeit so von wegen äh unheilbar Unsterblichkeit geben und so was sagst du unheilbar ha 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 scheiße gestorben ja ich hatte und sie noch nicht werde ich sorry so was kaufe mir jetzt war mal eine Sekunde kriegst du was von mir und wir haben einen Tank 1 2 3 Tollerei wir haben einen Hammerarten Tank das war nicht so nice ja ja das war nicht so nice das war gar nicht nice lalala ich mache jetzt drei Sekunden äh unha- äh un- un- unverwundbar schon cool mhm ja go go greift die doch an oh scheiße naja also ich glaube das haben wir ja verloren oder wenn du ich glaube wir gewinnen jetzt also die dieses kleine Betten vielleicht schon Jaodorn sorry hätte ich dir geholfen wäre ich da gewesen ich habe eine andere Stimme doch ich habe eine andere Stimme weil immer wenn du spornst sagt dir doch jemand was oder sag doch dein Charakter immer was wenn du spornst ne das ist der Typ der daneben steht der Verkäufer ach so früher war es immer noch der äh Champs selber ach ich habe mein Telefon schon wieder nicht aus das mann wer ist nix wichtiges ah ja das bisschen ungewohnt weil das lag jetzt die meiste Zeit hier immer mit Lärm Akku rum und jetzt hat's habe ich mal wieder aufgeladen dementsprechend ist das grad etwas ungewohnt dass hier ein Telefon liegt was äh Meldung sehr gut scheiße was war das denn was war das denn ey du dann renn einfach nur weg ach bist du auch tot Gorbi ja 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 hier Angriff 143 Fähigkeitsstärke 2 und hat sich an das Tempo 1,1 3 Lauftempo 335 Rüstung 775 und Magieresistenz 30 ich muss noch auf 20 Gold warten was der Individuum wurde zerstört oh scheiße ist nicht so nett würde ich jetzt mal so sagen so als unbeteiligter Außenstehender du gewinnst aber immer an der Menge an Leben die du hast gewinnst du mit jedem Spawn ein bisschen dazu oder 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 ich kaufe mir einfach immer Items die Leben dabei haben ne eigentlich ja nicht Level Up ja Level Up mit Leben achso LOL LOL das habe ich gar nicht mitbekommen so schnell ging das stand da ein Busch tot komm die zwei kriegst du noch das nächste was soll ich mir jetzt kaufen oder 8 250 Leben 200 Mal und schaust auf die Angriffstempo Fähigkeitsstärke Angriffsschaden ja wie so eigentlich nicht ja so jetzt schaue ich mal auf ja wir haben verloren würde ich mal sagen du kannst du noch rausreißen ich bin wieder dran ich bin wieder dran sag sie jetzt oder längst einfach nach ja ne schade ja das war wieder verloren schade aber ich meine wir haben jetzt wieder 5 Folgen das reicht für eineinhalb Wochen Leute finde ich gut ja das war's schade dass wir wieder verloren haben Wollt ihr noch was sagen? ne ne ok bis denn Leute euer Teifko